Hallo zusammen, ich bin Urs. Ich arbeite im Engineering bei Integra und heute nehme ich euch mit auf eine Tour durch unsere Abteilung, um euch zu zeigen, was es bei uns zu arbeiten ist. Könnt ihr gleich mitkommen. Wir sind hier mitten im Engineering, wo aus vielen Ideen neue Produkte entstehen. Was machst du gerade heute? Also ich bin gerade dran, die Ideen aus der letzten Besprechung des Sandbox-Komitees zusammenzutragen und sie dann im Anschluss in das neue Elektronikkonzept einfließen zu lassen. Sandbox-Komitee, was ist das genau? Es ist ein Gremium, bestehend aus Vertretern der Abteilungen Marketing, Sales und Engineering. In den sogenannten Sandbox-Meetings treffen diverse Perspektiven und viel Erfahrung aufeinander. und das ist dann die Grundvoraussetzung für die Erarbeitung von neuen Produktideen und Produktverbesserungen sowie Optimierungen. Man kann die Sandbox-Meetings sozusagen als Startschuss zur Entwicklung von Funktionsmodellen und Prototypen ansehen, wie zum Beispiel sowas. Und wenn man so Prototypen macht, das gehen wir uns als nächstes anschauen. Hey Amel! Was ist für dich das Besondere bei der Integra? Man bekommt viel Verantwortung und auch Freiheiten natürlich. Als Einzelperson kann man hier viel bewegen und etwas vorantreiben. Man kann Material bestellen, wir haben einen 3D-Drucker, eine CNC-Fräsmaschine und so können wir wirklich schnell etwas bewerten, anschauen und natürlich bearbeiten. Man muss nicht immer auf die anderen warten, sondern kann man wirklich alleine an den Faden ziehen und einfach machen. Als Ingenieur kann man es wirklich austoben bei der Integra. Was gefällt dir am besten in Integra? Mir gefällt die Arbeit sehr gut. Es ist immer spannend und herausfordernd. Das Teamwork funktioniert super. Im regelmässigen Austausch mit den anderen Abteilungen und auch im Management merkt man, dass alle voller Elan hinter dem Projekt sind. Mir fällt auch gut, dass sich alle unterstützend und helfend, dass man die Ziele auch dann schlussendlich erreicht. So, das war es. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick in unser Innovationsteam bekommen. Und wer weiss, vielleicht sehen wir uns ja schon bald.